Wow, das ist das Haus also. Sieht richtig cool aus. Ich freue mich schon auf die ganzen Leute. Bestimmt sind das ganz coole, ganz coole Leute und ich freue mich schon auf die. Wow, sieht richtig cool aus hier. Ich freue mich schon auf die anderen. Oh mein Gott, hier muss das sein. Ich bin so aufgeregt. YouTuber WG, das ist jetzt so klasse. Oh mein Gott, ich bin so aufgeregt. Hier muss es sein. Hammer, ich hoffe die haben eine große Küche. Ich hoffe meine Mitbewohner haben dann auch Bock mit mir zu kochen. Ein bisschen so dieses YouTube-Haus. Mal schauen, was das wird. Hallo, der Style-YouTuber ist da. Wow, sieht alles ziemlich cool aus. Also ich muss schon sagen, ich habe doch gleich mal eine Idee. Ich teile das Ganze mit meinen Fans. Darfst du starten? Ich warte mal, bis ein paar drin sind. Oh, da ist doch schon einer. Hi. Hi Freunde. Heute geht es in das YouTuber-Haus. Oder in das YouTuber-Haus. Und schaut mal hier. Ich habe natürlich meine Tastatur mitgebracht. Die ist ziemlich cool, oder? Die Tastatur leuchtet auch. Wenn man die anschließt, dann hat sie so coole Leuchtdinge. Die hat so Farben und LEDs und die ist richtig cool. Und ja, schaut doch mal, wie das aussieht. Ich bin jetzt gerade hier und jetzt gleich gehe ich erstmal ein bisschen rum. Ich mache jetzt so eine kleine Roomtour, so einen Schaden. Oh mein Gott, das ist so cool hier. Oh, ich bin so hyped. Ich werde direkt meinen Fans mal einen kleinen Livestream starten. Hey Leute, ich bin jetzt in die YouTuber-WG eingezogen. Ich bin gerade erst angekommen. Ich weiß noch gar nicht, wie alles ist, aber es sieht schon so cool aus. Und ich freue mich so. Ich werde euch auf jeden Fall auf dem Laufenden halten. Hi Leute, ich hoffe, euch geht es gut. Ich bin hier in dieser WG gerade angekommen. Ich habe den Gemeinschaftsraum noch nicht gefunden. Ist ja auch egal. Die Küche habe ich auch noch nicht gefunden. Ich hoffe, dass die groß genug ist und dass sie sehr gut kochen kann. Na ja, wie auch immer. Bleibt gesund. Ja, ja. Wie kann man leben? Aber wo sind die Leute hier? Ich muss doch noch Leute pranken. Wir fragen jetzt erstmal den Stream. Leute, ich bin jetzt im YouTuber angekommen. Und die erste Frage, wer soll geprankt werden? Schreibt es jetzt in den Chat. Und ihr wisst, ihr kennt mich, dann wird auch geprankt. Also Leute, schreibt in die Kommentare. Wer soll hier geprankt werden? Ey, warum stellt ihr meine Aufnahme? Was soll das denn? Vorsichtig. Wer seid ihr denn? Was bist du denn für ein Vogel? Leute, was machen Sie? Wer seid ihr? Ich sage, wenn ihr so ein Livestream reingeht. Nein, 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 nein. Ihr seid in meinen Livestream reingeschaut. Ich habe gerade meine Leute gefragt, wer geprankt werden soll. Und dann guckt ihr mir hier in die Küche. Warum machst du Videos von hier? Nein, nein, das ist mein Livestream. Also das sind anscheinend die Leute, die nicht gucken sollen. Hey Leute, sorry, dass der Livestream abgebrochen ist, aber wo ist denn dein Funksraum? Seid ihr auch die YouTuber, die in das YouTube-Haus ziehen sollen? Ich sage bloß, ihr seid die anderen YouTuber. Bin ich auch ein YouTuber? Ja, ich auch. Wo ist denn dieser Funksraum, wo wir alle kommen sollen? Also ich glaube, ich war eben schon auf dem richtigen Weg. Ich glaube, wir müssen in die Richtung. Ich gehe einfach mal vor. So viele neue Freunde, wow. Ja, okay, toll. Hier ist jetzt die Gemeinschaft, der im Parkraum. So, was können wir jetzt hier machen? Hallo, ist hier jemand? Hier ist eben im Zettel, hier ist ein Zettel. Ist das ein Brief für uns? Ja, hallo liebe YouTuber, willkommen in der YouTuber-WG. Ja, schon klar. Ja, ach. Willkommen in der YouTuber-WG. Genau, hier werdet ihr jetzt die nächsten Wochen zusammen Wohn-Leben-Videos machen. Videos machen? Videos machen ist schon mal gut, ich hoffe auch kochen. Moment, ich muss mit euch Videos machen. Nein, ich werde auf jeden Fall wieder Beauty-Videos machen. Leute, wartet doch erstmal. Äh, genau. Ähm, ja, an Tag 1 steht erstmal an, äh... Was ist das? Zimmer? Zimmer finden? Zimmer einbauen? In welches Zimmer komme ich denn? Okay, und das findet ihr, die Informationen stehen unten und auf der Rückseite. Ähm, viel Spaß, zankt euch nicht. Hm. Das kann ich nicht garantieren. Okay. Ja, okay, ich geh auf mein Zimmer. Kann ich mitkommen auf dein Zimmer? Wiss ich nicht. Kann man dein Zimmer teilen? Nein. Oh, bei mir ist die Küche. Okay, das ist schon mal gut. Ah, hier sieht's aber aus. Das ist mein Zimmer. Mein eigenes Zimmer. Wow, ich packe jetzt mal meine Tastatur hin. Hier sieht's aber auch, hier sieht's aber auch ziemlich cool aus. Mein eigenes erstes Zimmer. Also ich freu mich auch schon. Die Sack ja direkt gleich aus. Und, dass das jetzt mein Zimmer ist, kannst du jetzt einfach... Irgendwo hinlaufen. Wow, die Wand sieht schon ziemlich cool aus. Die Wand sieht schon ziemlich groß. Und ich habe coole LEDs. Die wurden schon LEDs gestellt. Weil das ist ziemlich cool. Aber die stelle ich mir direkt gleich hier hin. Weil das muss doch super aus in dem Hintergrund. Und die stelle ich auch hier hin. Weil das muss doch super aus dem Hintergrund. Ich freu mich schon. Ich fange erst mal gleich an Roblox zu spielen. Roblox spiele ich erst mal. Oh mein Gott, ist das schön. Richtig toll eingerichtet. Das sieht richtig super hier die Zeit in der YouTuber-BG. Wo starte ich denn immer meine Videos? Ich habe auch jede Menge Platz. Das ist echt ein schönes Zimmer. Hallo! Das ist mein Studio. Was machst du eigentlich, wenn ich fragen darf? Hi! Ich mache vor allem Hair-Tutorials. Aber auch Beauty-Tutorials. Lifestyle, Fashion. Also die wichtigen Dinge eben. Die Wand sieht auch gerne. Die ist echt cool aus. Kann ich ab und zu hier bei dir chillen? Weiß nicht, ob ich das möchte. Was machst du denn? Färbst du auch Haare? Soll ich dir die Haare färben? Da musst du auch ein Video von mir mit reinkommen. Nein, das darf ich nicht. Meine Mama erlaubt mir das nicht. Ja gut, Beauty hin oder her, schön und gut. Das Wichtigste ist aber, dass wir nicht verhungern und dass wir hier rechtlich zu essen haben. Ein Glück, dass ich hier bin, ich bin nämlich Food-Youtuberin. Cool! Yes, genau. Das heißt, dass wir jetzt viele leckere... Aber nach 18 Uhr darf ich nichts Süßes mehr essen. Ja, das ist dann dein Problem. Kochst du jetzt immer für uns? Ja, das werden wir sehen. Ich gehe mal nachschauen, wo die Küche ist. Hört's doch gut an. Ah, hier muss die Küche sein. Ja, klein aber fein. Ja, aber so lässt sich doch leben, nehme ich an. Oh, hier ist sogar schon ein bisschen was eingerichtet. Ja, passt. Okay. Ja gut, praktisch. Mein Zimmer ist direkt nebenan. Kann losgehen. Das ist also meine Butze. Ja. Ist in Ordnung. Ist in Ordnung. Hier kann ich auf jeden Fall gut Pranks vorbereiten. Ah, endlich mal in Ruhe. Hey! Hey. Oh, richtig schön die Wandfarbe. Ja, sieht echt cool. Guck mal, ich hab meinen Controller mitgebracht. Was machst du denn eigentlich so für YouTube-Videos? Verrat euch nicht. Hast du Lust mit mir Hot Wheels zu spielen? Nein. Nein. Was war das? Was war das? Mich hat etwas berührt. Ah! Ah! Ist das hier Spenden? Ich muss hier raus. Ich bin Prank-Youtuber. Was haben die denn? Was haben wir da, neben Agfapek? They offices. Dasもの acht-ä Hongrei advice. Was was in Ordnung? Wir machen es w Rap TL.